Herzlich Willkommen zum ROCKCAST. Dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Christy Rock, dem stärksten Bio-Alvers-Lieferanten und Gründer von ROCKSPORTS. Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, einer neuen Folge. Mein Name ist Christy Rock, Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS, die feinste, allerfeinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Egal wo du gerade bist, ich hoffe du bist gesund, dir geht es gut. Ich nehme die Folge jetzt am Ostermontag auf. Die meisten von uns sind gezwungenermaßen irgendwie zu Hause. Nichtsdestotrotz bin ich immer ein großer Fan davon. Egal wie die Situation ist, man kann überall sich ein positives Pünktchen rausziehen. Und ja, ich hoffe du machst es genauso. Und die heutige Folge, die geht um ein Thema, das ich die letzten, wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge, x-male unbewusst erwähnt habe. Daraufhin habe ich dann einige Nachrichten bekommen. Chris, du rätst immer vom Podcast, wie cool das ist, wie sehr dir das weitergeholfen hat. Zeig mir mal, was du da genau, welche Podcasts du da hörst, hast Empfehlungen, wie machst du das Ganze. Das habe ich nicht nur einmal bekommen, sondern mehrfach. Und ja, wenn ich merke, gut, da kann ich ein bisschen mehr Wert stiften, dann mache ich das. Deshalb diese neue Podcast-Folge, wo es darum geht. Erstens, meine Podcast-Empfehlungen. Zweitens, wie findest du einen Podcast, der für dich spannend ist? Denn die Podcasts, die ich dir jetzt aufzähle, heißt da nicht unbedingt, dass das genau dein Interesse trifft. Und Punkt 3, ganz, ganz wichtig. Podcasts hören ist nett, aber wie kann ich denn das meiste von diesem gewonnenen Wissen auch tatsächlich umsetzen? Und da stelle ich dir das sogenannte Kübel-Prinzip vor. Das ist, ich glaube, das habe ich begründet. Keine Ahnung. Auf alle Fälle ist es lustig und versinmbildlicht das ganze Thema Information, aber das zeige ich dir später dann noch. Im Grunde, meine Podcast-Empfehlungen, das Ganze hängt natürlich immer von deinen Interessen ab. Ich nehme dich einfach jetzt einmal auf das mit, auf die Reise mit. Die Podcast, die ich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr intensiv höre, zeigt auch die Gründe, warum und was du bei diesen Podcasts erwarten kannst. Und ja, die Themen, die für mich interessant sind, ganz vorne dabei, das Thema persönliche Weiterentwicklung, das Thema Mindset, das Thema Ziele, das Thema Entrepreneurship, das Thema Business, sprich alles, was irgendwie Unternehmertum betrifft. Ich habe natürlich Rocksports, meine große Leidenschaft. Das will ich natürlich weiterentwickeln und von daher ist gerade in dem Bereich für mich spannend. Alles, was Online-Marketing betrifft, aber natürlich auch meine große Leidenschaft, der Kraftsport, das Powerlifting, bis hin zum Sport im Allgemeinen, Bodybuilding. Das heißt auch da, das sind irgendwo, das ist der Dunstkreis, wo sich meine Interessen aktuell bewegen. Und dazu ziehe ich mir natürlich regelmäßig meine Podcasts rein. Und welche das sind, die zeige ich dir jetzt einfach einmal. Vielleicht vorneweg noch, wie findest du einen Podcast? Ganz einfach, wenn du ein Apple-Gerät hast, kannst du direkt mit der Apple-Podcast-App, hast du den Zugang, kannst du alle Dinge kostenlos reinziehen. Wenn du kein Apple-Gerät hast, dann lad dir Spotify runter, ist eine App, eine Musik-App. Auch da hast du nahezu alle Podcasts drauf und kannst dir die kostenlos runterziehen. Meistens ist es so, die meisten Menschen, die Podcasts erstellen, verbreiten das beispielsweise über die Plattform Anchor, das mache auch ich, wo du dann eben einmal das Ding hochlädst. Und diese Software verteilt dann die Podcasts auf allen möglichen Plattformen, Apple Podcasts, Spotify, wie auch immer die ganzen anderen heißen. Und ja, von daher hast du, wenn du bei Dr. Google Podcasts eingibst, all diese Plattformen, die da genannt werden, wahrscheinlich alle Podcasts drinnen, die du auch auf Apple Podcasts oder Spotify hast. Das vielleicht vorab. Ja, was sind meine Interessen? Die, die ich vorhin erwähnt habe, was sind die passenden Podcasts dazu? Und da möchte ich einfach den aktuell für mich wichtigsten Podcast rausnehmen, den ich, glaube ich, fast täglich höre, wo ich täglich unglaublich viel dazu notiere, schreibe, weil da so viel Inhalt drinnen ist. Und zwar der Podcast von Gary Vaynerchuk, heißt der Kollege. Gary V kürzte sich ab. Ist alles in Englisch, aber ja, extrem easy zu verstehen. Bin jetzt kein Englisch-Profi, trotzdem für mich gut verständlich. Der Gary V ist ein Weißrusse, glaube ich, oder Russe. Auf alle Fälle irgendwas mit Russland. Ist vor vielen, vielen Jahren, damals als er noch Kind war, mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Sein Vater hatte ein Weingeschäft, klassischer Filiale, wo er dann sukzessive immer mehr reingewachsen ist. Hat dann dieses Weingeschäft in das Online-Business umgesetzt. Sprich, er hat einen Online-Shop gemacht, hat den extrem stark wachsen lassen. Das sind alles Dinge, die belegbar sind. Das ist eben das Coole, dass er nicht nur redet, sondern auch tatsächlich was macht. Beziehungsweise die Dinge, die er spricht, auch umsetzt. Ja, hat er dann eben diesen großen Online-Shop, den Wein-Online-Shop. Ja, und dann ist er sukzessive, hat dann eine Agentur gegründet, die heißt Vayner Media von VaynerChuck. Vayner Media hat, glaube ich, aktuell knapp 1000 Mitarbeiter, also eine riesen Agentur. Ich glaube, es ist sogar die größte oder am stärksten wachsende Agentur in Amerika, wo er sich um das Thema Online-Marketing kümmert. Public Relations, weiß ich nicht, ob sie das auch machen. Auf alle Fälle Schwerpunkt Online-Marketing. Macht da richtig coole Keynotes. Das heißt, wenn du nicht nur Podcasts hören willst, sondern auch Videos sehen möchtest, schau auf YouTube, auf seinen Kanal. Gib ein Gary Vaynerchuk. Richtig geile Keynotes. Er bringt es einfach immer auf den Punkt. Er klärt komplexe Inhalte extrem einfach. Und hat einfach so einen coolen Charakter. Und diesen Charakter, und das ist auch etwas, was ich bei den Podcasts so extrem liebe, du hast die Möglichkeit, oder du hast das Gefühl, wenn du von dieser Person länger an dem Podcast hörst, dass du den oder die Kollegin da kennst. Du merkst einfach, wie er gerade in Interviews auf Fragen reagiert. Und daraus kannst du da so viel rausziehen, wie diese Person tatsächlich ist. Und das ist auch beim Gary Vee der Fall. Er hat aktuell zum Beispiel in Zeiten der Quarantäne, hat er ein neues Format ins Leben gerufen auf Facebook. Und zwar Tea with Gary Vee, sprich T mit dem Gary. Und das ist jeden Morgen, ich glaube um 9 Uhr ist Pacific Time, wenn ich das richtig gemerkt habe, von 9 bis 10.30 Uhr, glaube ich, eineinhalb Stunden, ein Live-Video auf Facebook, wo er eine Telefonnummer postet. Und da kannst du Nachrichten hinschicken, beziehungsweise kannst du dich dort bewerben. Und dann wirst du quasi live ins Video eingeladen und kannst dort deine Fragen stellen. Und diese eineinhalb Stunden Sequenzen, die stellt er dann auch wieder als Podcast zur Verfügung. Das heißt, wenn du die Möglichkeit nicht hast, das per Video zum Beispiel auf YouTube anzuschauen, dann kannst du das als Podcast reinziehen. Und das extrem Spannende ist einfach, die meisten Leute, die dort bei ihm dann auftricksen, sind Unternehmer, sind Jungunternehmer, die wahrscheinlich alle die gleichen 10 bis 50 Probleme haben. Und mit diesen Problemen gehen die eben nur in die Live-Sendung rein und fragen den Gary, was er dazu sagt, wie er ihnen weiterhelfen kann, was er ihnen empfiehlt. Und dadurch sieht man halt dann, wie er bei diesen bestimmten Fragestellungen denkt, wie er damit umgeht. Und allein daraus kann man sich so viel rausziehen, das ist unglaublich. Darüber hinaus gibt es noch viele, viele weitere Themen, die ihr im Podcast abhandelt. Meine Empfehlung, unbedingt anhören, wenn dich das Thema Mindset, wenn dich das Thema Selbstständigkeit, Entrepreneurship, Business, Online-Marketing interessiert, unbedingt anhören und anschauen. Wie gesagt, heißt Gary Vee, Gary Vaynerchuk, gibt es bei Dr. Google ein, findest du sofort, ist meine absolute Top-Empfehlung. Ja, ich habe keinen einzigen Podcast, der mir aktuell mehr bedeutet, wie der. Das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Der zweite Podcast, der mir sofort in den Sinn kommt, wobei man den in letzter Zeit, den ich nicht mehr so oft höre, aber ich sehe das immer als Gesamtes. Es kann halt jeder Podcast immer jeden Tag absolute Bomben rausfeuern. Noch dazu ist das Ganze subjektiv, aber ganz ein wichtiger ist Gedankentanken. Es ist ein deutsches Unternehmen, die machen von, ich glaube die Rednernacht heißt es bei Ihnen, Keynote-Veranstaltung, ähnlich wie es wir bei Denkweise machen, wo wir auch dieses Jahr aufgrund der gesundheitlichen Geschichte das noch abgesagt haben. Aber im Herbst wollen wir da wieder weiter starten, wo wir feine Keynotes veranstalten. Genauso ist es auch bei Gedankentanken oder sehr ähnlich, machen die das wie wir. Und darüber hinaus werden eben diese einzelnen Keynotes, die auf diesen Veranstaltungen gemacht werden, auch als Podcast-Folgen zur Verfügung gestellt. Das ist das eine coole. Das Feine daran ist, das sind 20 Minuten Keynotes. Das heißt, der Speaker muss sich thematisch, muss das Ganze so zusammenschrumpfen und kurz und knackig formulieren, dass es in 20 Minuten Platz hat. Meine tägliche Podcast-Runde hat eben genau 20 Minuten, passt perfekt genau für diese Formate. Und wenn du nicht der Fan davon bist, von ewig langen Geschwafeln, dann sind diese Mini-Podcasts ganz, ganz cool. Wie gesagt, heißt Gedankentanken. Darüber hinaus haben sie auch regelmäßig Interviewgäste eingeladen. Dieter Lange in der View kann ich immer nur empfehlen. Richtig, richtig cool. Einfach da mal reinhören. Punkt Nummer 3, das ist im Prinzip der Godfather of Mindset, glaube ich. So kann man ihn gut bezeichnen. Der Tony Robbins, Amerikaner. Ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren der Kollege da auf der Bühne steht. Ist im Internet ganz gut vertreten mit einem eigenen Blog, hat natürlich einen eigenen Podcast, eigenen YouTube-Kanal. Wenn du, und da muss man nicht nur selbstständig sein, sondern allgemein das Thema Mindset, da ist er einfach ganz vorne dabei. Ist natürlich auch Englisch als Amerikaner, aber extrem easy zu verstehen. Und der bietet Mehrwert, dass dir nicht zugeht. Auf gut Deutsch gesagt. Ich habe einige Bücher auch von ihm. Extrem feine Sache. Ich kann ihn nur empfehlen. Tony Robbins. Auf allen Kanälen kannst du den finden. Was auch noch cool ist, Tobias Beck ist ein Speaker. Wir haben ihn bei einer Veranstaltung in Linz mal als Speaker eingeladen. Ich bin jetzt nicht in allen Bereichen analog zu ihm, aber im Grunde sehr, sehr hilfreich. Ich habe auch das Buch von ihm, Unbox Your Life. Ja, da geht es auch um das Thema Mindset. Da geht es darum, wie ich mit unterschiedlichen Situationen im Leben umgehe. Er hat in seinem Podcast auch viele gute Interviewpartner. Und auch da wieder, man kann sich bei jedem Interviewgespräch so viel zwischen den Zeilen rausziehen. Und da ist für mich er auch ganz vorne dabei. Was auch noch cool ist, das ist das Pendant, das Englische zu Gedanken tanken. Und zwar die TEDx-Reihe. TED und ein großes X dazu. Einfach bei YouTube eingeben. Und da gibt es eben auch als Podcast-Format. Das sind auch so 20, 30 Minuten Keynotes zu unterschiedlichsten Themen. Jetzt nicht nur Entrepreneurship, Mindset, sondern da gibt es bis hin zur Psychologie, bis hin zu Hilfsprojekten, was auch immer. Unterschiedlichste Themenbereiche. Also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du etwas findest, was auch für dich spannend ist. Das nächste London Real. Also London echt, das Real im Sinne von echt. Ja, coole, coole, und ich sage das Wort schon so oft, aber es ist tatsächlich so. Richtig coole Interviewpartner. Und alles auf Englisch. Trotzdem, Mehrwert Ende nie. Ja, das sind im Prinzip diese klassischen Podcasts. Und allen voran ist da für mich der Gary Vee. Was auch noch sehr zu empfehlen ist, und das kennen die Österreicher. In Österreich gibt es ja unterschiedliche Radiosender. Und einer davon ist Ü3. Und da gibt es das Format Frühstück bei mir. Mit der, nicht Barbara Stöckel. Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Ich glaube, das ist die Schwester. Oder Claudia Stöckel, wenn ich mich richtig erinnere. Und die laden sich regelmäßig Leute ein. Darum heißt es Frühstück bei mir. Oder sie sind bei den jeweiligen Personen am Frühstückstisch. Und da wird einfach ein Interview gemacht. Stunde, eineinhalb, zwei Stunden. Und da sind oftmals sehr, sehr spannende Persönlichkeiten dabei. Das letzte war, glaube ich, jetzt der Zotter. Der Josef Zotter von der Schokoladenmanufaktur. Und wenn man da mal sieht, wie solche Pioniere denken. Wie die über Dinge denken. Wie die Dinge beschreiben. Auch da wieder. Man kann sich so viel zwischen den Zeilen rausziehen. Ja, richtig, richtig fein. Ja, das heißt, Österreich, Ö3, Frühstück bei mir. Empfehlung geht raus. Ja, für mich, das war jetzt alles einmal persönliche Weiterentwicklung, Mindset, Online-Marketing, Business, Entrepreneurship. Das waren im Prinzip die Dinge, die ich dir jetzt erzählt habe. Darüber hinaus möchte ich aber noch einen erwähnen, der mir auch sehr viel weitergeholfen hat. Wobei ich in letzter Zeit nicht mehr so auf gleicher Schiene bin. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich sehe das immer als Gesamtes. Und wenn man das Gesamte betrachtet, muss man ihn auch ein wenig. Und zwar ist das der Dirk Kreuter. Ist ein deutscher Vertriebstrainer. Ich war auch schon einmal auf der einen oder anderen Veranstaltung von ihm. Und der hat auch eine Content-Dichte auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram glaube ich auch. Aber vor allem auch im Podcast, die sehr, sehr weit vorne dabei ist. Und da geht es halt primär um das Thema Vertrieb, Online-Marketing. Und der bringt halt dann auch das Mindset damit und erklärt, wie man das Ganze angehen muss. Es gibt auch ein Buch von Nema, kostenloses kann ich auch empfehlen, Entscheidung Erfolg. Was wieder ein bisschen in Richtung Mindset reingeht. Aber Mindset ist im Grunde überall die Basis. Aber wenn dich das Thema Vertrieb interessiert, egal ob du jetzt selbstständig bist oder ob du Angestellter bist und im Vertrieb tätig bist, dann kann ich dir den Dirk Kreuter empfehlen. Coole Sache. Wie gesagt, in allen Punkten stelle ich mich nicht mit ihm überein, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel. Ziel ist immer, dass man sich aus den Inhalten, die man sieht, das für sich persönlich Spannende rauszieht. Und das kann man da auf alle Fälle machen. Gut, was für mich auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich Powerlifting, Bodybuilding, Kraftsport. Und auch da gibt es ein paar feine Podcasts, die höre ich jetzt nicht so regelmäßig, aber trotzdem auch. Und ich möchte sie erwähnen, weil sie einfach gut sind. Und zwar gibt es da allen voran aus meiner Sicht das Coolste, weil ich auch die Personen dahinter ein bisschen kenne, Babel Program Podcast mit Alex Bürzel und mit Peter Hofstetter. Peter Hofstetter kennen die Insider, die Powerlifter, das ist der Bundestrainer in Österreich. Sprich, der trainiert den Kader. Der ist auch bei nahezu jeder Powerlifting, bei jedem Powerlifting Wettkampf mit dabei, wo auch ich ab und zu antrete. Und ja, von daher weiß ich, wie die Leute auch im Hintergrund ein bisschen ticken. Der Alex Bürzel ist von Intelligent Strength, sprich vom Dust Gym in Wien, auch extrem cool. Die machen sehr, sehr viel für den Sport, von daher umso größer die Empfehlung an die zwei oder für einen Podcast. Und die schauen sich einfach unterschiedliche Wettkämpfe an, wo sie erstens selbst waren, beziehungsweise wo sie selbst als Trainer unterwegs waren, analysieren das Ganze. Und das Coole ist halt, wenn man dann selbst als Athlet bei einem dieser Wettkämpfe dabei ist und sich dann die Analysen darüber anhört, ist eine extrem coole Sache. Und die zwei sind einfach unglaublich entspannend und locker. Und wenn die dann über das Training noch philosophieren, auch da kann man sich für sich selbst als Athlet, als Trainierender sehr, sehr viel rausziehen. Barbell Program Podcast, so heißt das Ganze. Dann, wenn man im Bereich Powerlifting noch tief einsteigen möchte, wobei da muss ich dazu sagen, seine Podcasts sind für mich teilweise zu... Die Stimmlage ist so monoton, dass ich mir teilweise sehr schwierig tue, ihm zu folgen. Denn nichtsdestotrotz, der bietet so viel Input und das kostenlos, dass es fast unverschämt schon ist. Und zwar geht es um den RTS Podcast von Mike Toshira. RTS steht für Reactive Training Systems. Und der Mike Toshira ist ein US-Amerikaner, wenn ich das richtig weiß. Er war selbst jahrelang sehr, sehr starker Powerlifter und trainiert jetzt seine Athleten. Und dieses Know-how, das er da hat, gibt er dann auch weiter. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wie du einen eigenen Powerlifting-Programm oder Trainingsplan aufstellst, wie du wissen möchtest, wie du deine Maximalkraft steigern kannst, auch wenn du keine Wettkämpfe machst, dann kannst du von ihm diese ganzen Infos holen und die sind kostenlos. Ja, und über den beiden, die ich gerade genannt habe, ist für mich noch einer, der vermischt das Thema Bodybuilding, das Thema Sport im Allgemeinen. Das ist für Crossfit-Sportler interessant, für Powerlifter, eigentlich für alle Sportler. Auch für die, die sich für das Thema Ernährung interessieren, aber auch für die, die sich für das Thema Mindset interessieren. Und zwar ist das das Mark Bell Power Project. Das ist auch ein Amerikaner. Das Coole ist, der hat ein Fitnessstudio, wo man gratis trainieren kann. Da gibt es auch coole YouTube-Folgen davon. Und der hat einerseits viele Interviewgäste bei sich. Das fängt von den World's Strongest Männen über die stärksten Crossfit-Sportler bis hin zu Ärzte, wo es um das Thema Ernährung geht. Klassische Diskussionen immer wieder, rein pflanzliche Ernährung versus Fleisch, gut, schlecht, medizinisch und so weiter. Das heißt, da findest du zu allen Punkten wieder richtig coolen Input. Die treten meistens zu dritt auf. Sprich, auch wenn sie keine Gäste da haben, sind immer coole Interaktionen dabei. Kann ich nur sehr, sehr dir ins Herz legen. Mark Bell Power Project. Auch wenn du jetzt nicht der klassische Powerlifter oder Bodybuilder bist, kann ich dir empfehlen, da mal reinzuhören. Dann wirst du sicher das eine oder andere Spannende finden. Das waren jetzt im Prinzip einmal die Podcasts, die ich aktuell sehr intensiv höre. Es gibt darüber hinaus noch viele andere, aber da wird jetzt die Folge zu lang werden. Das sind einmal die Dinge, die aktuell für mich relevant sind. Und jetzt möchte ich dir einfach zeigen, wenn du sagst, okay, das, was ich da jetzt erwähnt habe, ist irgendwie cool. Aber da gibt es ja noch ein paar andere Bereiche, die mich interessieren. Dann zeige ich dir jetzt, wie du die am schnellsten findest. So ist es mir zumindest gelungen. Und zwar Punkt Nummer 1. Du kannst dir bei der Podcast-App, egal welche du verwendest, ob du jetzt Spotify verwendest oder die Apple Podcast-App, du kannst dir das Ranking anzeigen lassen. Sprich, das übergreifende Ranking, das ist jetzt fernab von den thematischen Gliederungen. Das heißt, da sind alle Themen beisammen. Kannst du dir mal diese Top-Rankings anschauen. Und meine Empfehlung ist, schau dir einfach mal die ersten 20 bis 30 Plätze an. Welche Themen da für dich spannend sind. Und wenn du sagst, okay, das hört sich spannend an, gleich einmal bei Spotify das Herzl dazu machen. Sprich, dann wird es in den Favoriten gespeichert. Oder du folgst dem Ganzen auf Apple Podcasts, glaube ich, heißt es abonnieren. Abonnierst das Ganze und hast es einmal in deiner Liste drin. Nächster Schritt, schau dir diese Top 30 an, aber spezifiziert mit einem Themenbereich. Zum Beispiel, du kannst deinen Bereich Business die Top 30 anzeigen lassen. Du kannst den Bereich Sport die 30 anzeigen lassen. Gibt es unterschiedliche Themenbereiche. Und auch da such dir wieder einen raus, der dir gefällt. Abonnier das Ganze, setz ein Herzl dazu. Und damit vergrößert sich deine Liste an Podcasts, die spannend sind. So, das ist einmal das. Und dann der dritte Punkt ist, du kannst natürlich auch punktuell suchen. Sprich, wenn du eingibst in das Suchfeld Mindset, Sport, dann wirst du für das Thema was finden. Wenn du bestimmte Personen eingibst, die zum Beispiel keinen eigenen Podcast haben, aber die als Interviewgast dabei waren. Zum Beispiel, das mache ich regelmäßig. Der Dieter Lange, von dem habe ich auch ein Buch. Traumbuch, kann ich nur empfehlen. Und er hat eben keinen eigenen Podcast, wird aber regelmäßig eingeladen. Dann gibst du einfach den Namen der Person direkt im Suchfeld ein. Und dann haut es dir alle Sendungen zu diesen oder alle Folgen zu diesen Menschen raus. Das heißt, du kannst auch punktuell über das Suchfeld suchen. Das heißt, einerseits über die Rankings, über die bestimmten Themenbereiche. Und das dritte ist eben die punktuelle Suche. Da wirst du dann mit ziemlich großer Sicherheit Podcasts finden, die für dich spannend sind. Und es ist oftmals so, dass du einen coolen Podcast gefunden hast. Aber da muss ja nicht jede Folge spannend sein. Na ja, dann überspringst du dir und suchst da die nächste. Und sobald du die ganzen abonniert hast, wird es immer wieder aktualisiert. Das heißt, du kannst täglich reinschauen, gibt es eine neue Podcast-Folge, wie zum Beispiel auch beim Rockcast. Und wenn eine neue Folge da ist, dann kannst du es direkt anhören. Also das ist im Prinzip meine Vorgehensweise bei der Suche. Kann ich dir empfehlen, dass du das genauso machst. Dann wirst du sehr, sehr wahrscheinlich fündig werden. So, und jetzt komme ich noch zu einem Punkt, der mir besonders wichtig ist. Und jetzt komme ich zu dem Kübelprinzip, das ich vorhin erwähnt habe. Kübelprinzip, stell dir vor, dein Hirn ist ein Kübel. So, und je mehr Wissen wir da einfühlen, desto mehr Wasser ist im Kübel drinnen. Das heißt, das Wissen, was wir da einfühlen, das wir konsumieren. Sei es jetzt über Podcasts, über Blogs, über Fernsehen, über Internet, wie auch immer. Wir konsumieren, konsumieren, konsumieren den ganzen Tag. So, und der Kübel fühlt sich, fühlt sich, fühlt sich. Und irgendwann ist es so weit, dass der Kübel voll ist. Und all das, was wir dann zusätzlich noch reinschütten, naja, das geht entweder auf der anderen Seite wieder raus, oder es geht irgendwas anderes verloren, und dafür kommt ein neuer Input rein. Und meine ganz große Empfehlung ist es in diesem Fall, schau, dass du, wenn du regelmäßig solche Inhalte konsumierst, konsumierst, auch dieser Podcast beispielsweise, schau, dass du dir dann die Zeit nimmst und dieses Wissen in irgendeiner Art verarbeitest. Und wie das Verarbeiten ausschauen kann, möchte ich dir anhand von meiner Vorgehensweise zeigen, die mir sehr, sehr weiterhilft, und ich hoffe, dass es auch bei dir tut. Und zwar, für die, die schon länger mit dabei sind, die wissen, ich führe regelmäßig mein Journal. Früher hat man gesagt, Tagebuch, Journal hört sich ein bisschen männlicher an. Aber es ist im Grunde genau das Gleiche. Es ist ein hübsches, cooles Büchlein, gibt es bei Paperblanks, heißt das Unternehmen, richtig geile Einbände. Ja, und was mache ich? Da schreibe ich meine Key-Learnings rein. Da schreibe ich meine Ziele rein, da schreibe ich alle die Dinge rein, die mich beschäftigen. Damit merke ich einfach, denken auf Papier, da passiert irgendwas im Hinterstübchen, dass man diese Dinge verarbeitet. Das heißt, meine Empfehlung ist, schau, dass du dir diese Key-Learnings, die Punkte, die für dich spannend sind, rausschreibst und die dann einfach notierst. Wie mache ich das? Ich mache beispielsweise jeden Morgen meine Podcast-Runde. Das ist da in Steyr, wo ich wohne, in Oberösterreich. Also eine 20-Minuten-Runde, richtig fein, flussendlang, egal welches Wetter. Da bin ich draußen, höre mal die Podcasts an. Und wenn dann irgendwas Spannendes kommt, dann bleibe ich kurz stehen, notiere mal im Handy, gleich mache mal ein neues Mail auf, notiere mal da drinnen die Key-Learnings. Und nach der Podcast-Runde schicke ich mir das Mail selbst und weiß dann einmal, okay, steht im Betreff Podcast. Und da stehen dann alle Punkte drin, die in dieser jeweiligen Podcast-Folge für mich spannend waren. Da steht einmal mehr drinnen, einmal steht nichts drinnen. Das Wichtige ist aber, dass, wenn etwas Spannendes ist, man nicht sagt, ja, das merke ich mir eh. Okay, nein, reinschreiben und dieses, ich hole mir dann, wenn ich zu Hause bin, im Büro bin, einen feinen Espresso, nehme ein Journal und schreibe genau diese Dinge ab, die ich mir per Mail geschrieben habe, mache mir nur ein paar Gedanken dazu und damit passiert einfach was. Und da gibt es auch coole Studien dazu, durch das Schreiben und eben nicht digital schreiben, sondern ins Journal händisch reinschreiben. Dadurch, dass du dich so konzentrieren musst, zu schreiben, wenn du dich nicht konzentrierst, dann verschreibst du dich. Das ist ganz anders, wie es am Laptop ist. Da kannst du dich relativ auch unkontrolliert oder nicht so konzentriert schreiben. Bei der handschriftlichen Version musst du dich sehr, sehr konzentrieren. Das führt dazu, dass das Gehirn genau sich um das kümmert, was du gerade schreibst. Und das führt dazu, dass das viel intensiver bei uns abgespeichert wird im Vergleich, wenn ich irgendwas digital schreibe. So, und wenn du dann diese Learnings da reinschreibst, zwei, drei Gedanken noch dazu, mehr muss es gar nicht sein, dann hast du einfach dafür gesorgt, dass das, was du in den Kübel reinschüttest, auch tatsächlich im Kübel bleibt und nicht bei dem nächsten Input, den du bekommst, wieder vergisst, wo du vorhin gesagt hast, ja, das merke ich mir eh. Das Gefühl kennt wahrscheinlich jeder von uns. Tolle Idee gehabt, am Abend beim Zu-Bett-Gehen sagt man, ja, das merke ich mir eh bis morgen. Dann stehst du morgen in der Früh auf und denkst dir, scheiße, was war das gestern? Und da hilft es einfach, das Niederschreiben, in das Journal reinschreiben. Und nur dann, wenn du von den Podcasts die Key-Learnings rausnimmst, niederschreibst, dann kannst du damit auch weiterarbeiten. Denn irgendwann wird dann genau dieses Wissen für dich wieder in den Sinn kommen und dann kannst du dieses Learning einsetzen. Ansonsten ist das Ganze verloren. Das heißt, meine große Empfehlung, schreib die Dinge auf, die du konsumierst und wenn du im Auto bist, dann aktiviert dir die Siri oder ich weiß gar nicht, wie auf Android der Voice-Partner heißt, sagst du, hey Siri, schreib mir eine Notiz, dann sagst du die Dinge an. Die Siri schreibt dir eine E-Mail, wo genau diese Dinge drin sind. Musst du nicht einmal die Hand vom Lenkrad nehmen, sondern kannst im Auto direkt während des Podcasts deine Key-Learnings dir zuschicken lassen. Das heißt, es gibt da im Grunde Möglichkeiten, wo du das ganz, ganz problemlos machen kannst. Ja, das war es im Prinzip von meiner Seite. Einerseits meine Podcasts, die ich aktuell höre. Große Empfehlung, wie gesagt, unbedingt reinhören. Die Persönlichkeiten dahinter kennenlernen. Und Punkt Nummer 2, such dir die Podcasts, die dir persönlich gefallen. Und ich kann da sagen, es gibt so unglaublich viel, dass für jeden mindestens 10 Podcasts dabei sind. Bin ich überzeugt davon. Und das Dritte ist, das ist fast das Allerwichtigste, wenn du Podcasts konsumierst, schau, dass du dir da was rausziehst und schau, dass du das notierst, ob das auf einem Schmierzettel ist, ob das in einem Journal ist. Auf alle Fälle handschriftlich notieren ist ganz, 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 ganz wichtig. Ansonsten kann es passieren, dass das Kübelprinzip zuschlägt. Du da reinschüttest, 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 aber auf der anderen Seite alles wieder rausschwappt und das Wissen quasi verloren geht. In diesem Sinne, wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über eine coole Bewertung, eine 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich wieder über Feedback per Mail, per WhatsApp, auf Instagram. Das freut mich immer extrem, denn dann weiß ich, dass diese Inhalte euch was bringen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, heute ist Ostermontag, wo ich diese Folge aufnehme, einen braven Osterhasen. Viel Gesundheit, alles Gute für diese Zeit und ja, macht das Beste draus, nutzt die Zeit, wenn die meisten von uns schon zu Hause sind und in der Regel mehr Zeit als sonst haben, hol da einen feinen Espresso, hol da einen frischen Tee, setzt dich hin, Kopfhörer rein und hör da zwei, drei Podcast-Folgen an, notier da ein wenig was dazu, ist extrem entspannend, lehrreich und du kannst die Zeit positiv nutzen. Ja, in diesem Sinne, alles Gute, herzlichen Dank fürs Dabeisein.